Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge GTA San Andreas Remastered. Schön, dass ihr am Start seid. Was geht? Was geht? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst gerne wie immer ein bisschen Liebe da für die Videos und habt weiterhin Spaß. So, warte mal. Hier erstmal den Fallschirm. Wo sind sie? Wo sind sie? Und ansonsten Videobeschreibung abchecken, Gewinnspiel mitmachen, ihr wisst Bescheid. Wo kommen die denn her? Wo kommen die denn plötzlich her? Wo ist er denn jetzt? Helikopter, Helikopter! Kriegt der überhaupt Schaden, ey? Okay, gut. Wisst ihr was? Boah, ich hab Angst, dass ich erschlagen werde von dem Scheißding, ey. So, Kohle her damit. Alles in meine Täsch. Alles in meine Täsch. Sind das Feinde? Sind das Feinde? Sind das Feinde hier drin? Ich wollte gerade sagen, wie hat er das überlebt? Ey, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Heilung! Heilung! Boah, Alter. Komm, 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 komm. Ist der geflogen, ey? Die Drecksau. Ist der geflogen! Ah, guck mal, ein Penis-Stein. Tatsächlich, oder? Ein bisschen noch. Nice. Ist das schon hier das Flugfeld? Ist das schon das Flugfeld, wo der Helikopter in der ist, oder was? Hol dir die Schmuggelware. Ähm. Haben wir Fahrzeuge? Nee, nee. Aber Raketenwerfer nochmal aufnehmen, bitte. Sehr gut. Okay, Leute, ey. Ich hoffe, ihr habt Bock auf eine neue, geile Folge. Vielen Dank auf jeden Fall an der Stelle nochmal, dass ihr immer noch am Start seid. Wir haben ja jetzt schon mal, muss man ja sagen, einige Folgen schon hinter uns. Und noch einige vor uns. Und es ist schon ein bisschen auffällig, dass diese Weißen, ja, 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 doch, doch. Oh, überlebe es. Ähm, ja, und einige noch vor uns. Deswegen freut es mich natürlich, wenn ihr immer noch am Start bleibt. Gut, wir hatten ein Checkpoint. Kann passieren. Selbst, selber schuld. Selbst verschuldet, selber schuld. So. Nehmt mal den Raketenwerfer weg. Ich wollte es cool machen, ich wollte es schnell machen. Das passiert halt immer. Das passiert halt immer, weißt du? Das passiert halt immer, wenn du es schnell und cool machen willst. Naja. Wieso zeigt er mir den Weg hier an, Alter? Holy moly, Alter, warum tötet ihr euch selber? Hä, wo bin ich denn vorhin runtergefahren? Bin ich doof? Ach komm, scheiß auf. Äh, Breaking Bad? Etwa? Nein, natürlich nicht. Könnte man denken, aber zu dem Zeitpunkt gab es Breaking Bad noch nicht. Eine der besten Serien aller Zeiten. Obwohl, darf ich das überhaupt sagen? Ich habe das Gefühl, egal was ich sage, Alter, es gibt immer irgendeinen, der sich aufregt darüber. Und ich denke mir, Alter, ihr verfolgt mich auf Social Media, ihr verfolgt mich in meinen Videos. Und könnte ich akzeptieren, dass ich eine eigene Meinung habe, oder was? Junge, was ist los mit Leuten, was ist los mit einigen Leuten, Alter? Ich werde beleidigst dafür, dass ich einfach nur meine Meinung sage. Es ist unfassbar, es ist unfassbar heutzutage. Es ist also geisteskrank, die Leute. Geisteskrank, die Leute. War ja klar, dass du es wieder hattest, ne? War ja klar, Mensch, da. Was, du willst nicht in die Karate-Dojo rein, um die Kicks zu lernen, du? Was? Du magst das nicht. Du magst auch nicht, die Gang-Mitglieder hier zu töten, damit du die Gebiete übernimmst. Bist du so doof? Aber ja, klar, dass du nur meckerst. Das war klar. Das war klar, Junge. Ha! Das war klar. Ich gucke trotzdem deine Videos weiter. Das ist ja klar. Das ist auch klar, Junge. Ich gucke deine Videos weiter. Aber, naja. Ahnung hast du nicht, was? Das ist klar. Meine Fresse, Junge. Die Leute, ey, wirklich. Ich fand diese... Ah, die Tonlage, die muss ich mir merken. Die war echt lustig, fand ich gerade. War so ein bisschen Akzent wie... Okay. War ganz geil. So stelle ich sie mir auch vor, ey. Na gut, nee, nicht so. Also, wie ich sie mir wirklich vorstelle, die sowas schreiben. Das soll ich jetzt lieber nicht äußern. Es ist unfassbar. Also, mittlerweile... Also, das war schon immer so. Das war schon immer so. Und das ist genau der Grund, warum dann Leute immer... Die Leute beleidigen, nur weil sie ihre Meinung äußern. Das ist genau der Grund, warum sich so viele Leute nicht übertrauen, ihre Meinung zu sagen. Genau das ist der Grund, weil du sofort... Sofort wird auf dich eingeschlagen. Nur weil du sagst, ey, mir gefällt das nicht. Hä, bist du doof? Bist du doof? Hä? Warum? Wie kannst du das sagen? Ja, ist aber mein Geschmack. Tut mir leid, ey. Wenn du das cool fühlst, ist ja in Ordnung. Und das verstehen auch einige nicht. Wenn ich zum Beispiel, jetzt beziehungsweise nur auf mich, wenn ich zum Beispiel sage, ey, das gefällt mir nicht, nehme ich doch niemanden was weg, dem es gefällt. Ist es doch. Das verstehen die Leute nicht, weil, wie gesagt, IQ und so, ist zu wenig vorhanden. Deswegen, um das zu checken. Wenn du etwas magst und ich nicht, dann hast du doch das Beste als ich. Weil du hast eine Sache mehr, was du geil findest. Ich habe eine Sache weniger. Warum beschwerst du dich also? Jetzt ist der Schock für einige, wa? Äh? Er hat recht. Ich mag es, er nicht. Ist cool für mich. Ah, ich nicht beleidigen müssen. Ah. Egal, ich mache trotzdem. Okay, alles klar. Gut, 1000 Dollar für diese Sch... 1000 Dollar nur. Frech. Es wird immer frecher hier. So. Wann ich das Motorrad direkt wieder abholen, wenn ich es noch höre? Nee. Schade. Frech. Frech, 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 frech. So. Okay, gehen wir direkt zurück. Tja. Jetzt sind wir noch zusammen, wa? Das war klar, du. Das war klar. Ähm. Boah, ich muss mir das... Scheiße. Ich höre mich gerne... Ich höre mich selber nicht gerne an, wa? Ohne Scheiß. Ich höre mir meine Videos nicht selber gerne an, oder sowas. Aber diese Stelle muss ich auf jeden Fall wieder nochmal reinziehen. Ich fand den... Also, geil. Einfach mir selber auf die Schulter klopfen. Das war klar, dass du das sagst. Das war klar. Sag mal, was ist denn hier los, Mann? Fahrzeug oder sowas? Das wäre mal geil. Was ist das hier für eine Stadt, Junge? Am Arsch der Heide bin ich. Ich komm hier nie wieder weg. Bone County. Mensch, das schreit doch nach... Dass hier auch kein Auto rumsteht, ne? Gut, dann laufen wir zurück. Dann laufen wir halt einfach, weil... Hallo. Und wir müssen, sobald es geht, oder sobald ich Bock hab, Zeit hab, auch auf jeden Fall. Äh... Oha. Äh... Dings ändern. Die Klamotten wieder. Nicht den. Nicht den. Ich wollte das Motorrad. Ich wollte das Motorrad. Jawoll. Verdient hat sie's. Sie hat's verdient. Ich mein, wie gesagt, das Hemd und die Goldkette, das kommt schon geil. Aber wie der das geknüpft hat, ey, mit diesem Muskelpaket von Brustmuskeln, sieht's irgendwie nicht so geil aus. Dass er nur da oben das zugeknüpft hat. Lieber offen. Offen wär geil, Mann. Offen wär sexy. Au. Au. Obwohl ich das hemd... So von hinten sieht's geil aus, ey. Farbe des Hemdes und so. Das ist nice. Das ist einfach ein Klassiker, so ein Holzfällerhemd, ey. Oder so kariert ist einfach simpel. Simpel gehalten ist einfach ein Klassiker. So. Ist ja doch weiter als gedacht, ey. Warte mal. Ne. Hier ist ja gar nichts. Hier in der kleinen Milchstadt ist gar nichts? Und das wäre Ohne Scheiß In meinen Gedanken ist irgendwie GTA 6 das ultimative Übergame Muss ich ganz ehrlich sagen Weil das was ich beim letzten Mal angeschmungen habe Auch mit Party 2 und so weiter Sowas fände ich auch geil Sowas fände ich übelst geil Wenn du wirklich auch in der Story Dann wirklich dir dein eigenes Imperium aufbauen kannst Dass du der Über-Mega-Gangster am Ende bist Und dass du dann auch da wie hier So Geschäfte aufbauen kannst Aber dann auch irgendwie das so ein bisschen managen musst Weil es nicht so oft schwierig gemacht oder sowas Damit da niemand überfordert ist oder sowas Sondern so ein bisschen leicht hier und da So ein bisschen managementmäßig machen Dass du mehr Cash sammelst Dass du vielleicht deine eigene Gang aufbaust Dass du da wirklich so deine Leute stationierst an deinen Läden und so Dass du dann aber auch in den Läden In jedem Laden gefühlt irgendwas machen kannst So stelle ich mir das vor, dass das nächste GTA Dass es hoffentlich nicht von der Welt Noch größer wird als GTA 5 Weil das ist schon groß genug finde ich Sondern noch vollgestopfter mit Möglichkeiten Dass du wirklich alles hast Dass du irgendwie keine Ahnung Eine Spielhalle übernimmst Und dort kannst du dann In einem Hinterzimmer Geschäfte machen Aber wenn du dann in die Spielhalle gehst Hast du mehrere Automaten die du spielen kannst Oder sowas Also jetzt Spieleautomaten Nicht hier Casinoautomaten Dreckscheiß Sondern ja keine Ahnung Dass du dann so oldschool Gamestars oder sowas Und so in dem Sinne Wenn ihr versteht was ich meine So stelle ich mir das vor Das ist ja richtig geil Das ist fantastisch Was ist denn jetzt, Torino? Das ist Geschichte Das ist alles Lies Das heißt, Hitler hat sich zu töten Und wir haben Japan Und die Leute glauben diese Scheiße Jesus Das macht sie besser schlafen Ich glaube Ey Mann, was hast du denn? Was hast du geholfen? Nein Nicht jetzt Und hier ist ein kleines Nachrichten Ich sagte das um dich zu machen etwas für mich Mann, du bist wirklich geholfen Aber die Schocker ist Wir werden nachdenken Denn ich brauche ihn Ich brauche ihn so viel wie du Oh, danke Du hast, was hast du getan für mich Es ist wie du ein Pro Ich habe zwei Agents in Panama Ich möchte ein Preis auf deinem Kopf Ein Russischer Spie Ein bisschen Boris-Boros Er ist Er hat sich für die Entfernung für dich Russischer Kalipers auf den genitalen Feels gut Du magst Das ist nichts cool, Mann Just bleib mir Du bist Bade Neugier Don't worry about Die Russischen haben größer Dinge zu worry about in deinen genitalen Believe Me Das ganze Land ist Warum sind die Gespräche zwischen den beiden über mies, nicht synchron, lippensynchron? Und da kann man ja nicht sagen, die Synchro hat verkackt, das ist ja extra so ausgemacht. Ah, guck mal hier, da ist der Flugplatz. 100.000 sollten, denke ich, sprechen. Das ist mir beim letzten Mal schon aufgefallen, komisch. Naja, ist ja jetzt, äh, ist halt, äh, schade immer sowas, aber jetzt überhaupt schlimm jetzt auch nicht. Ähm. Okay, wenn du mich da lang schickst, obwohl da ist ja nur eine Knarre, das ist ja. Ja, das brauchen wir nicht. So. Oh Gott, diese scheiß Müde, ey, die ist auch schon wieder zu langsam. Äh, naja. Ich bin echt gespannt, Mann. Ich bin echt gespannt. Ich meine, nächstes Jahr habe ich so das Gefühl, äh, ach guck mal, hier ist auch noch ein Waffenschock da. Perfekt. Dann können wir ganz kurz mal hingehen. Ähm, nächstes Jahr habe ich das Gefühl, das könnte, ja, das, obwohl, obwohl, Open World ist sowieso so beliebt, aber nächstes Jahr kommen so viele heftige Open World Games aus, was, was, das ist, also, wirklich in jedem Genre auch verteilt, das ist halt das Ganze, das ist das Geile. Von Rollenspiel bis Action bis, äh, verschiedene, nicht nur Genre, sondern Szenarien, das wollte ich eigentlich sagen. Oder Settings, also, ist das ja genau, das wollte ich eigentlich sagen. Ähm. Ich bin mal sehr gespannt, Mann. Äh, wohl, ich versuche über 100.000 zu bleiben. Ähm, ich wollte mir eigentlich nur ein bisschen da Munition holen. Und vielleicht eine Schutzweste, kann man auf wie vor immer gut gebrochen. Und ich fände es geil, beim nächsten GTA, wenn sie wieder so ein bisschen Rollenspielmäßiges was reinnehmen würden. So wie, so wie hier, das würde schon reichen. So wie hier würde schon reichen, ey. Dass du einfach für das, oder in den Sachen besser wirst, die du oft nutzt. Ich finde dieses System, finde ich geil, Mann. Weil, ja, ich weiß nicht, ist geil. Wenn du viel mit Maschinenpistole schießt, dass du besser wirst. Das ist einfach nice, so ein geiler Nebeneffekt, finde ich. Das ist einfach so. Der Baum, der Baum. So. Get out of the way. Get out of the way. So. Upsi Hier lang So Hier konnte man auch keine geilere Karma mehr entgegen Was soll denn das, man? Frech So, da vorne ist es doch schon Besser einpacken geht nicht Besser einpacken geht einfach nicht 80.000 Ah, easy 80.000 Das war Flugschule, oder? Das war glaube ich Flugschule, ja Das war glaube ich Flugschule Oder? Das S Ah, ja, Schule, Schule Gut! Ruf an! Ruf an! Jetzt! 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 Gut, gar nicht Das da oben ist Flugschule Das da oben ist Flugschule, ne Hier unten ist glaube ich einfach nur Speichern oder? Alter! Geiler als mein ganzes Leben, die Bruder hier Heftig Jetzt mal abspeichern einfach so, just for fun Der müsste doch jetzt eigentlich andere Oder müssen wir jetzt zwangsläufig die Schule machen jetzt erstmal Ne, der hat doch eigentlich nur gesagt Kauf das, oder? Oder müssen wir die erstmal Ja, egal, komm Ah doch Well Carl So what do you think of our new base of operations? It's missing something Maybe a tennis court and a pool will help motivate me better Very nice call, very cute Ah, so listen, now You're gonna have to learn how to fly No I ain't Yes, actually you are I set out a series of tests for you You can access them on that TV You're gonna have to prove to me that you can fly If you're gonna continue working towards your brother's freedom Shit, whatever man Very nice Okay Also müssen wir das doch erstmal machen, okay Ähm Achso, ja, ja, starten Okay, umgekehrte Steuerung, okay Oh Gott, ey Ich mag es nicht so fliegen Weil ich es nicht kann Oh, jetzt schon außer Kontrolle gefühlt, ey Ey, das ist ja wackelig Hab ich schon... Hab ich... Oh, okay Dachte schon, ey Oh, Flugzeug landen Das wird doch nix, Mensch Wo ist denn das Extragebiet? Kann ich nicht einfach stehen bleiben jetzt hier? Ich wollte gerade sagen Reicht doch, oder? Kreise über dem Flugplatz Wie, welcher Kurs? Hä, was für Kurs, alter? Warte mal, warte mal Was hat er denn jetzt ausgewählt? Welcher Kurs? Ja, doch, Kreise über dem Flugplatz Warum fragt er mich welcher Kurs? Den! Achso! Ich muss aber mal lesen, äh Versuchen Einfach mal lesen, vielleicht Einfach mal lesen, Mensch Ist das so schlimm, Junge War ja klar, Junge War ja klar, Junge Ich kann einfach nicht fliegen, also ich fühle mich so unsicher Aber sein muss sein Lenke das Flugzeug nach links Lenke das Flugzeug nach links Lenke das Flugzeug nach rechts Junge, wie das aussieht Seht ihr das? Das meine ich, alter Oejo Baloo Oejo Alter, die Sendung damals Boah, die ganze Disney-Sendung damals war Vor allem die Interviews, die haben dich hier Die haben dich schon so Auf Eskalationsstufe gebracht, einfach Chip, Chip, Chip und Chip Letter des Rechts Gibt's heutzutage auch nicht mehr, wa? Die Kids heutzutage Was man da teilweise gesehen hat, ey Mit diesen schlechten 3D-Sendungen War früher noch lieber gewesen Aber Man muss auch sagen, irgendwie Wenn du dir die Sendung jetzt heutzutage ansiehst Auf Disney Plus oder sowas Oder woanders Da spielt so viel Nostalgie mit Aber irgendwie flaschen die eigentlich mehr Ist ganz irgendwie schade Aber auch normal natürlich Wenn du die 20 Jahre später irgendwie nochmal siehst Heißt nicht, dass sich jede Serie wie damals catcht, wa? Naja, schade, was wir machen Vielleicht catcht dich sowas wieder Sobald du eigene Kids hast oder sowas Oder sowas Mit denen das guckst Mal lieber sowas als Keine Ahnung, man So 3D-Mickey-Maus-Sendung oder sowas, ey Wo es richtig schlecht 3D animiert ist Dann lieber so oldschool gezeichnete Sachen, ne? Auf jeden Fall Wie komm ich auf das Thema schon wieder? Keine Ahnung Interessiert das jemand? Wahrscheinlich nicht Erzähl ich trotzdem davon? Ja Ja, mach ich Der Hoover Damm, oder? Ist das der Hoover Damm, oder? Wie wird das eigentlich genannt hier im Real? Muss auch krass sein Da ist James Bond runtergesprungen Das ist, glaub ich, der Damm, oder? Oder hat sich Quatsch jetzt? Ich glaub, das ist der Damm, wo James Bond runtergejumpt ist damals In echt Das war eine echte Aufnahme In dem Film Das war real so Ohne Greenscreen, ohne Action Das ist einfach ohne Sicherung runtergejumpt Und dann Also ein bisschen Sundress Da muss man noch mal ein bisschen was abliefern, oder? Alter im Zielgebiet Wahrscheinlich ein bisschen weiter hin, oder? Hubschrauber Wie er da drinnen hockt, ey? Ja, das ist schon komplett außer Kontrolle, das Ding Ja, das ist schon komplett außer Kontrolle, das Ding Boah, Junge, wie ich... Ich werde uns noch umbringen, ey 100% Ich bin der beste, Alter Bester Helikopterpilot Nimm Kurs auf das andere Ende der Piste und behalte deine Hilfe bei 100% Ey, besser geht's ja wohl nicht Ziele zerstören, okay, gut Ich bin richtig angespannt hier, ich hab keinen Bock zu verkacken Obwohl's nicht so schwer ist, Alter Aber ich hab irgendwie... Ich werd ja immer nervös Wenn das einmal so ein bisschen ins Wackeln gerät, weißt du Dann denk ich mir, Alter Ich muss dagegen lenken Dann lenke ich zu hart dagegen Und dann hab ich's erst richtig außer Kontrolle gemacht, das Ding das, ne? Ach, der hat überlebt, oder was? Mein Gott, ey, das wird keine 100% mehr, ey Jetzt aber, komm Aber irgendwie macht's Spaß Wer fährt die Autos eigentlich? Oh, wird da grade gekillt von uns Ey, wie kann man das nicht treffen, ey Wie kann man das nicht treffen, ey? Jetzt stirb, du Sau Lande auf der Piste Komm, 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 Baby, komm, Baby, komm Extra Punkte holen wir uns 24% Okay, gut Looping ausführen Oh, Mann, ey, wie lange... Ach, komm, weißt du was? Dann wird die Folge mal ein bisschen länger Aber dann müssen wir jetzt nicht mitten in der Fahrschule aufhören Scheiß drauf, Mann Wann wir das noch zu Ende so lange Zeit dreht 100% Fassrolle Okay Sobald auf die Makio kriegst du, okay Boah, Junge 100% Falschumlandung Junge Pass auf, Junge CJ ist schwarz Da schlackert er die Schlange aber ganz schön Oh, Junge, wenn du hier runter fliegst Ja, weißt du Bescheid, ey So Okay, um dich nach vorne zu lehnen Sag mal, haben die... Viele, viele Symbole haben die durch das Roxa-Symbol ausgetauscht, oder? Kann das sein, dass früher irgendwas anders war? Ich hab's irgendwie nicht erinnern, auch auf den Klamotten teilweise Das Übelste... Das Roxa-Logo so heftig immer... ...prangert Hatten die irgendwie... ...was anderes damals drauf? Ist ja... Gut, das ist natürlich am Ende scheißegal eigentlich, aber... Na komm, lande einfach Ich muss da drinnen landen! Ich muss da drinnen landen! Ach so, okay, scheiße Ich dachte, nur wieder für extra Brüder Gut! Ein Fehler Einfach Matsch! Einfach Matsch! Könnt ihr euch noch die... ...an die ersten Runden so bei Fortnite erinnern? Wo die Optik noch richtig scheiße war, wo die gar nicht hinterher gekommen sind? So ungefähr fühlt sich das an Ein richtiger Flash bei ihr gerade So Ich muss eine Kurve fliegen! ... 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 Das wär's gewesen jetzt, ey, das wär's nicht gewesen, ey, wenn ich aber eskalierte. Gut, gut, gut. Nice, nice, nice. Flug-Skill, nice. Wir haben den Pilotenschein gemacht vorne, dementsprechend können wir jetzt hier aufhören, ein bisschen länger als sonst, aber ist ja kein Problem. Ja, lasst gerne weiter ein bisschen Liebe da und dann hört man sich beim nächsten Mal weg, oder? Habt ihr Bock? Ich hoffe. Haut rein, tschüss.